Hey guys Oh god, da steht wieder einer am Windkanal, alter. Sehr geil Du hörst wieder nichts auf der Karte, wenn der das Mikro anmacht Ey, der gar nicht stirbt ne Ja Das ist ja geil, 75 in drei Treffern, das wars genau Ne, ich hab alle angeschossen, ich hab zwei Mann angeschossen glaub ich Mach mal gleich nochmal, oder? Müssen wir üben Warum hängst du zwei Runden untereinander in die Bombe? Das muss für dich ja schrecklich sein Na schön Ich bin in dem ersten Gehen so Affe, alter 1k Ja Ja Mit Scouts oder was Ja Wie mit der Diegel auch nichts geht, alter Du stehst schon still Und machst Warum spielst du denn die Drecksdiegel? Naja, weil die, wenn du mit einem Schuss Wenn du triffst, triffst du halt, ne? Dann fällt er mit zwei Schuss um Können wir das gleich aufgeben? Ja Wir können nicht aufgeben, wenn nicht einer gelieft ist Doch, können wir, wir alle abstimmen Ne Du kannst erst abstimmen, wenn einer das Spiel verlassen hat Achso, aber der darf nicht rausgevoten worden sein, ne? Meinst du erst jeden rausvoten und dann? Ja Und dann surrendern Ich bin sicher Wie kann der mich denn mit der holen, Alter? Daniel, du hast keine Bock mehr Ich weiß Fand ich nötig, weil ich einfach so sterbe Eigentlich was kommt Einer stand Connector Guck mal Komm doch einer Schön mit der leeren Waffe Du bist so ein Knurrl So ein Kunde Ohne Mist Ohne Mist Du droppst der empty gun Really Lass mal A gehen Yes Silent Palace Silent I can kill you Was machst du mit den Lutern eigentlich, Erik? Äh... Nichts. Alter, werfen die eine Nade runter? Ich krieg ein... Das ist gesmoked. Flash. Wie keiner von den Hafen mit Palace kommt, ey. Stepp da noch ein bisschen mehr, Erik. Bisschen mehr steppen noch, damit ich gleich instant in die Fresse kriege. Wir haben eine Flashtrake gebrochen. Wir wissen, dass ich hier stand. Einer macht mehr. Ist der Headshot? Alles hab ich. Einer Stairs, einer On-Spot. Oh, sorry, sorry, sorry. Fuck. CT spawn. 1 CT, 1 CT. No, fuck, da ist ja eine... Du Pisser... Lücke. 2 CT. 1, low. Das ist alles, glaube ich, Connector. Ja, hat er schon eine Sprumpe gehabt. Wir haben noch nicht mal geplantet, ich dachte, das liegt schon. Ne, ich wurde weggeholt. Ne, er wurde weggeholt. Ich hab eigentlich versucht, CTs zu smoken, aber da war halt ein Loch. erstmal agen ja der richtiger die bombe gekriegt ich hab ne pumpe, ich rush durch aus palace raus oder was? bist du irre? ja er machts wirklich, alter der hat das wirklich gemacht komm mal wieder zurück wir sind... oh wir mussten unspott alles frei einer steht zt tt einer entglückten ist stehen geblieben zwei tt wieviel? treppe tt tt lass uns tt tt flashback weißt du gar nicht, dass wir noch so viele sind? so teammates sind doch irgendwie egal ja lass dich bitte umfragen lass ihn doch kommen nein, hat er ihn gesehen? ja 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 genau, crystal tt ach man ey jutt ich wurde in tss gepokt hab da mal q gedrückt ich hab da bei mir sprachchat drauf ah ich hab die taste getestet, bei mir ne maustaste tt ey was du für ne tastenbelegung hast, das kannst du doch keinem erzählen ja wisst ihr was ihr auf der rechten maustaste habt? ne ducken oh stimmt, ich hab da springen, auf irgendeiner taste hab ich springen da ich hab auf der rechten maustaste ducken 2 auf der rechten maustaste 2 auf der rechten 2 auf der rechten maustaste eine action noch na vater ich guck bitte Äh, Underwood Underwood An wo? Ach, B-Short, ist klar Jetzt haben wir jetzt zwei AWP Der Kenny P ist echt für den Arsch Ja, der geht durch, ne? Crystal finde ich ein bisschen schlimmer Achso, Kenny P ist von uns Achso, they got two AWP So, no mid and, ja No B and no A Let's camp on T-Spot Ich versuch mal Mitte wegzusmoken Lass da einfach auf B gehen Ja, könnt ihr ja machen Äh Ein AWP-Short Schön, ich bin fast down How the fuck do they know, man? How the fuck do they know? Dude, how the f- Äh, Connector Oh Counter-Terrorists win Ja Der Crystal hat noch einen Teamkill gemacht Hahahaha Das ist jetzt abgefuckt werden Wobei der Quiste noch nicht sauber spielt, oder? 10-1 Ich weiß nicht, wir sind einfach nur zu kacke Let's go A A ist in die Richtung noch We will make them cry We will make them cry I smoked city No Smoke I'm throwing smoke Slash Go 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 before the Tornade One stairs Don't block me, dude Scout Scout is jungle One stairs Äh, Connector Hinter am Holz Be careful with the block, please Was für'n Block? Was labert er denn da? Okay, karen Ey, ey Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt den einzigen getötet hab, oder was? Ich hab keinen Gegner gesehen, doch, Connector, aber der hat mich geholt Ich hab keinen A Be safe! Let's go, my friends! I'm throwing a flashback! Feuer im Pellet Wir können nicht raus Ich weiß nicht, wo der Vogel steht, hier Warte noch Äh, stairs, glaube ich, oder? Flashback Der was, der? Jungle, einer? Vielleicht nicht ABP One Jungle Connector, two Connector Jungle MVP Einer rennt, einer stairs Schönes Ding, schön Mann, Alter, das hättet Das f***te jetzt schon seinen Knall Weißt du Weißt du, wo du mir Im zweiten Kill bei mir hingezielt hast? Auf die Kiste Ja, ja, ich hab' ich auch Ne, oder? Ey, wie kann man denn so? Ey, bei mir sah's aber aus, als er was drauf war Ne, ich war alles andere als drauf Als der Vergell für mich drauf war Als der Vergell für mich drauf war Aber war nice one, nice one Oh, zu mir die Hände weh, wie ich so zueinander geschlagen habe Let's go, victory awaits Oh super, ihr geht AB, ist ja auch gut Ja War so ein... Warum gehen die denn mit? Sind die... Don't go mid, they got IVP Yes, my friend Was ist der von vorhin? Äh, ungefähr so Ah, sorry Eine AFP-Show Spielt schon einer mit ner Negev? Okay Grenade Eine Kiste 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 Oh man, B-Shot ey Ich weiß ihn nicht, B-Shot Connector Ne, eine Kiste Oh, Erik, echt? Willi? Der erste Schuss war drauf Danach war ich verwirrt Connector He is on your right side, dude. What the fuck? Kann der mal aufhören zu labern? Ich hör gegen das OB-Seiten der Affling dann zu labern. We are unranked. Silver 4, maybe. Gibt's da sowas? Ja. Ich will meinen Namen ändern, du Pfeiffer. Ach, der Gegner, der gefragt war. Ja. Auf B piekt er immer, indem er vom Auto hin und her springt. Aber wir warten mal bis ich auf A war, nichts hängt. Okay, der hat verschoben. B kurz, check. Einer Spot, einer Spot. Zwei Maks, zwei Guys, man. Gut Spiel. Okay. Oh, you guys also, it's the one guy. Okay. I am blending the bomb. Oh, it has been planted. Na ja, mit seiner Negev. Ich hab' die jetzt auch nehmen können. Ja ja, genau. Weil ich mit dem Ding auch so gut treffe. Ja. Also mit CT-Map. Wir schlagen die dann 5-0 auf unserer Hälfte. So weit kommt's gar nicht. Natürlich. Natürlich kommt's so weit, Alter. Aber wie oft fühlst du jetzt schon. Wir müssen zwei Runden, äh, Minimum gewinnen. Als T. Okay. Lass es schaffen. Come on, let's go! Ich map als T eigentlich nicht wirklich schwer. Nö. Aber... Die haben zwei, äh, äh, Crystal-Carry-Tides, ne? Wie ein blöder. Smoke! Brenzhaft, Leute. Hab' ich eh in die Fresse bekommen. I'm flowing, Smoke! Ja. Ja. Äh, da steht ne Nergifft, da geh' ich nicht rein. Ja, das hat mich halt weggeheddert. Ja, stirb bitte nicht. Keine Lust, die... Ich hab' direkt auf die Bombe oder so. Hm. Das ist natürlich nur noch zu zählt. Noch zwölf? Hm. Gut. Der andere rennt rein. Na so, ja. Ich würde ja mit AWP auch immer in Nahkampf gehen. Ach, der hat Nahkampf? Ja, jetzt. Entschuldigung, wenn wir Christy tot haben, dann ist das... Da steht er. Was ist da? Crystal einfach. Das ist einfach nur Crystal. Das ist der Smurf, äh, entweder er hackt der oder der Smurf ganz einfach. Ich denke, wir sollten A gehen, wenn sie Negev bekommen haben. Schon allein mit den Armen. Das ist ein creepy... ...creepy gun für... ...distance. Äh, ich würde sagen, ich rushe einfach mal Palace. We must move! Smoke! Wir haben den Vortritt, junger Herr. Smoke! 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 We must move! Einer von der! We must move! We must move! Ach komm! Stairs, 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 stairs! Marius, warum? Sag doch mal stairs! Ich hab 5 mal Stairs gesagt. Bist du, jetzt kommt er mit seiner scheiß Negif, nehme ich überhaupt nicht weit. Achso, das war unserer mit der... Ja, Crystal, ne? WTF? Ja. Ne, Crystal kommt auch noch. Was kommt dann mit dem Messer? Ja, ey. Was sollte er damit jetzt bezwecken? T-Spawn, Kerr. Verraten bist du nicht. Ich wollte sehen wie der stirbt. Was machen wir? Ah, ey. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt einfach durchgerusht kommen. Ich stehe 30 ab. Oh, ne. Wir stehen ja 70% über dem Messer. Ich bin heute mit 70% aufgestanden. Einer drangelt. Hä? Ach da! Ah! Two Connector. One Connector. Stairs. Erik, was war denn das für ein scheiß Clash? Ah, sorry, das ist ein Kaffee. Ja. Wenn ihr weniger labern würdet, dann wird das auch was werden. Nee, das ist ein Kaffee. Ich hab... Ich dachte ich bin mit Candy der letzte. Nee. Der stand da mit AWP rum. Ich dachte Connector wäre down, weil... Es waren zwei. Oh, wir haben eine Runde gewonnen. Das geht. Was ist denn da los?